Hallo Leute, auch heute, was heißt auch heute, heute gibt es einen Stream und zwar von mir und zwar auf twitch.tv slash klüm oder auf www.klüm.tv Geht beides, wenn ihr auf www.klüm.tv geht, kommt ihr direkt auf meinen Twitch-Kanal, also alles cool. Wir spielen Novos, ich will ein bisschen die Burg weiterbauen, die Burg vielleicht sogar ein bisschen fertig bauen und eventuell noch was mit dem G-Time machen, wenn der G-Time überhaupt streamt, das muss ich immer fragen. Aber Leute, ich würde sagen, wenn ihr Bock auf den Stream habt, dann kommt einfach auf www.klüm.tv und habt ganz viel Spaß, viel Spaß mit mir. Das wird toll, das wird cool. CCC, Klüm streamt mal wieder, geile Sache. Ich hoffe, ihr seid dabei, ich bin dabei, ich sollte langsam aufhören zu reden. Bis dann, tschüss, ich freue mich.